I'm forbidden I'm gone I'm gone I'm gone Hallo und herzlich willkommen Ich bin der Gemeinde Max-Nurge-TV Und heute spielen wir wieder zusammen mit Dijan Amur Der auch gleich in Live-List Auf Twitch und auf Youtube Richtig? Richtig? Ja Und wenn wir mal kurz ein bisschen live gehen Danach starten wir sofort Mitgehen! Okay, let's go Das heißt ich muss viele Vorlagen machen Das wird also Herausforderung Ich geb Gas! Wie fährst du? Oh Gott wie schnell waren die denn? AB! Ne hab ich doch nicht Warte Oh nein Oh Gott Hör mal weg, hör mal den Ball weg Hast du Boost? Was? Hör mal weg die Murmel Warte, warte, warte Warte, warte Hat er nicht? Flache Lage! Nein! 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 Egal! Naja, passiert Achtung! Blocke! Achtung! Abgewehrt! Hör mal weg! Geh nicht, geh nicht, geh nicht! Oder du! Nein! Falsch! Ich hab's nochmal gedrückt! Warte! Warte! Verteidige! Achtung! Das war... Weg damit! Geh weg! Nein! Warte! Ich komme! Nein! 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 Ich dachte, ihr habt eine falsche Richtung gekriegt! Oh! Mist! Ey, das ist... Hetzend! Ja! Na ja, komm schon! Wir müssen immer reinkommen, ich frage! Hast du mich eigentlich leise gestellt?! Nein, mich auf Streamen meinte ich. Ich glaube man hört dich da auf. Aber sonst wäre ich so laut, Ben. Ich hab dich hier aufs Discord etwas leiser. Achso, okay, na gut. Zack. Konto, Ecke. Oh nein, ach Gott. Ich hab jetzt schon niedrig Maus mal richtig. BAM! Oh, verdammt! Flanke. Nein. Rückzug! Ich komme! Ich würde zerstören. Gut. Aus! Die Maus. Zwei mal hintereinander, die sind ehrenlose. Ja, die sind wirklich zerstörungs- Ha! Die zerstören uns komplett. Yes! Ach, oh mein Gott. Oh, der wird dich nochmal zerstören. Oh, der Ball wäre so gut gegangen. Man, na ja, gut! Ist engst! Ah jetzt. Muss kurz. Achtung. Muss kurz schnell aufs... Hab ich? Ja, ich komme! Mach, 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 mach! Oh Gott. Aua! Ich bin sowas von draußen. Total zerstört. Und jetzt. Jetzt. Ja. Ja. Nein. Oh, der Kap vor mir dran. Nein, nein, nein. Halt ihn auf. Der kleine Ere. Warum? Warum zerstören die uns immer? Guten Tag. Nix da. Gleich zerstöre ich die wieder. Ach, die konzerne Kinder, die auch. Nein, ich bin im ausgefühlen, den Geist auf. Dich jetzt. Dich jetzt. Mann, ich kann nix klicken. Ab. Ich bin zerstört. Zip. Klappt. Er fehlt. Ab ich. Konzer. Ihr konnt nix mehr klicken. Mann, ich f*** dem aus manchmal. Ja, weg in 3, 4, 1, 1. Ich glaube, ich habe ihn zuerst jetzt noch geschafft. Ja, das ist der Tor, oder? War ich das gewesen? Ja, ich habe dich noch gerechtet. Skip. Boah. Ja, chill mal. Ich skipp ja schon. Was skip? Backlose. Ja, dass es weitergeht. Schon noch unter Tabus? Aua. Aua. Okay. Au. Diese blöcke Dreckszecke. Jetzt komme ich. Jetzt komme ich. Irgendwer kriegst du mich schon wieder aus. Sehr nett. Händler dir. Nein. Wow. Der Kapp vor mir dran. Ach, Mann, ey. Mann. Fuck. Hättet ihr ihn besser machen müssen. Eindeutig, Max. Eindeutig. Was für eine Parade. Und es steht erst 2 zu 1. Oh, oh, oh. Was war das Ganze? Nein, hätte ich den gar nicht gehabt. Ja. Yes. Yes. Nein, nein, nein. Ja, was. Ja, hä. Was für eine Parade. Habe ich das? Wenn ich nochmal skipst, dann sag nur. Ja. Aber nur. Nur. Ah, kaputt. Ne? Lies mal nicht. Okay. Lies nur nicht. Was für eine Parade. Kleine Kapp vor mir dran. Hab ihn. Hast du locker. Nicht mehr. Locker vom Pogger. Ich werde gerade schon wieder weggeschleudert. Hände, soll ich verteidigen? Hände, hier. Junge. Nein. Hör ich da kurz. Macht der wieder? Macht der lang? Ne. Ne, ne. Wollen wir laden. Ich sehe nichts mehr. Ich verteidige, ich verteidige. Huh. Nein. Ich habe ihn zerstört. Eh. Ohohohohohoho. Weg damit. Ich habe so null Boost. Ich kann nicht. Ich habe auch keinen Boost mehr gehabt, wirklich mehr. Scheiße. Ich fliege gerade durch die Halbmatch. Ja, also. Scheiße. Achtung, 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 Achtung. Oh mein Gott. Weg damit. Weg damit. Hast du, hast du, hast du, hast du. Ich brauche 100 Tabus. Hab mir 100 Tabus geholt. Kein 100 Tabus mehr. Tabus, alles gut, alles gut. Ich habe alles gut. Ohohoho, ich war klar. Das war auch klar. Heyohoho. Oh, was ist das? Nein. Nach hinten! Nach hinten! Nein, Internet! 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 Nein. Mann, Internet hat gerade wird zu... Oh... Oh, Mann probieren. Mein Idiot hat gerade auch wiedersehen. Oh but you're so hot! Warum tut das denn so aus? red, red, blau... GG, ja GG 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 Aber warum hat das denn mit inden auf wiedersehen? Ja ja siehst du ich habe gerade zu ex... Probleme irgendwie mit der inden Zwar gegen niemanden, aber gegen Eddemon. Oh, wir spielen gegen Teens. Zasari. Hauptsache wir gewinnen, das ist die einzigste Aufgabe. Was war jetzt los? Was war jetzt los? Wir verlieren! Und nicht schlafen. Nein, das ist gut. Jetzt war ich wieder ganz normal. Ja, die sind noch richtig hart, Schnecker wieder. Die sind ein bisschen sehr stark, das Gefühl. Alter Falter. Wir haben Probleme. Ich kann nichts tun. Alter, meine Maus. Die ist am Strom und trotzdem sagt die ganze Zeit nö. Das wäre schwer. Okay, jetzt müssen wir auch mal versuchen dort zu schießen. Ab nach vorne. Ab nach vorne, Max. Ab nach vorne mit dem Ball. Ja, ich kann nichts machen gerade. Was ist? Also eindeutig sind wir wirklich die besten Spieler hier ganz gut gelegt. Also wirklich. Keiner kann uns was vormachen. Gut so. Oh mein Gott. Ich wollte ihn wegkicken. Aber ich habe ihn gerade nicht mehr geschafft. Vorsicht am Tag kommt aggressiv. Er kommt aggressiv. Er kommt aggressiv. Er kommt aggressiv. Er macht lang. Er macht die Kugel lang. Er kommt aggressiv. Er kommt aggressiv. Oh, gut so. Oh doch. Mal. Nicht. Oh, schade. Weggeworden. 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 Geworden. Natürlich muss ihn nicht locken. Ich habe ihn gerade weggekickt. Ich schlage ihn weg. Ich schlage ihn weg. Ich schlage ihn weg. Ich schlage ihn weg. Nein. Nein. Der hat mich abgewählt. Hier. Kann ich nicht mehr. Ich bin. Maus. Schade. Immer mit guten Zellen. Ich mache den Maus. Sagt nur. Habe ich. Habe ich. Oh, er ist gefehlt. Wieder im Tor. Wieder im Kasten. Manuel Neuer ist im Kasten. Ich habe kein Boost. Oder Oliver Kahn. Ich habe keinen Boost. Problem. Ich habe keinen Boost mehr. Nein. Ich lasse ihn weggehen. Nein. Nein. Aber guck das an. Was für eine scheiße Falle. Das war eine Falle. Digga. Das war halt so. Unmöglich Aufzeit. Unmöglich Aufzeit. Oh. Das war halt Unlucky. Okay. Ja. Das war halt was Unlucky. Und die Maus hat diesmal mit mir die Geist aufgeben. Oh. Ich habe vergessen. Was. Nein. Oh. Wenn ich den richtig gemacht hätte. Das wäre. Krank. Flanke. Ich muss weg. 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 Oh shit. Schon wieder verfehlt. Keiner ist im Tor. Keiner ist im Tor. Es ist leer. Nein. Fuck. Fuck ey. Wir losen uns. Hört nur noch ab. Ja. Warum. Warum. Ist das so ey. War nah. Der hat ihn da Probleme mit sich gerade. Ja. Das ist gut. Hoffentlich fliegt der raus. Ne. Kann ich nicht mehr. Ach. Oh. Das war ja riskant. Ich halte mal die Kugel weg. Ich halte mal die Kugel weg. Wow. Jungen. 2 zu 0. Achtung. Ja. Denk ich irgendwie. Ich halte die Kugel weg. Wow. Das ist äh. Enttäuschend. Mhhh. Oh. Wir hätten nicht beide drauf gehen sollen. Das ist doch wieder leer. Oh. Oh. Hab ich schon mal. Oder du. Ich weiß nicht. Nein. Ich hab ihn auch verfehlt. Huh. Was passiert. Das waren wir so gefährlich. Ähm. Nein. Verfehlt. Ich hab verfehlt. Ich hab verfehlt. Boah. Die haben auch verfehlt. Oh. Was für'n Lack. Jetzt konnte er. Oh. Schade. Konnte ihm nichts machen. Alles gut. Mhhh. Oh. Verdammt. Läufen ist doch für uns gerade. Nee. Wirklich. Also. Ich glaube wir müssen nochmal gegen... Nochmal. Los. Jetzt. 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 Ich bin jetzt. Immer der letzte. Immer der letzte Meter. Oh. Ja. Jetzt. Ja. Bis nicht ein Tor. So wollen wir das sehen. Ja. Ja. Nein. Schwithin die Probleme. Ach. Danke. Danke. Kann ich gerne schreiben, dass der... Kann man auswählen? WUH! Was? Was? 2 zu 2! Warte, guck dir das jetzt an! Hä? Ich wollte mal auf gar... Was? Warum geil? Aber das jetzt? Hä? Oh, tschüss! Einer hat die Verbindung verloren. Ich glaube, meine haben gerade die Verbindung... Oh... Ab! Nein! Oh, Parade! Ich bin eine Maschine manchmal... Vorrecht! Angreif! Oh nein! Gusto! Toll, der greift nochmal an! Okay, der ist... Der ist gut, der dort schon zurück... Ja! 3 zu 2! So machen wir das! Da hat die Verbindung verloren! Tag! Dazu noch! Also wirklich! 3 zu 2! Was für ein... Was für ein Spiel! Und der gibt nicht auf! Der ist blöd! Kann der nicht aufgeben! Die sind hier dafür zu da, um zu gewinnen! Oh, oh, oh! Ich weiß warum! Ich weiß warum! 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 Der ist... Der ist sehr stark! Verste... Das macht die Bälle hoch! Hup! 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 Ja, ich sag nur, mit einer Verletzung war das das erste Mal, wo ich mich wirklich verletzt habe. Junge, überall Scherben. Ja, ja. Und trotzdem, ja, wie ihr mir seht, haben wir beide natürlich dieses Avatar-Themen. Das ist einfach einfach. Wer jetzt auch mitmachen könnte, ist es kostenlos und zwar komplett kostenlos und einfach. Naja, sag mal einfach nicht. Teilweise. Es ist schwierig. Also in so einer Art so eine Figur wie ich erstellen, ist einfach. Aber sowas wie wir so machen, ist kompliziert. Haben wir selbst gemerkt, haben wir schon ein paar Krisen bekommen, oder? Ja, ich muss das Stream abbrechen. Ja, das ist ätzend. Oder irgendjemand mit den Tonquartier, das musst du selber mal gucken. Also, wollte man selber noch gucken. Weil bei Ihnen ist so ein Heft, wie ein Helikopter, in Ihnen kommt so 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 okay. Dann bis nächstes Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Oh Gott.